Untertitelung des ZDF, 2020 Angesichts der Lage, die einfach da ist, was können wir als Kirchgemeinde eigentlich beitragen? Wir glauben, dass wir eine Verantwortung haben, die über uns selbst hinausgeht und wir mit den Ressourcen, die wir haben, etwas für die Gesellschaft tun sollten. Also einen karitativen Auftrag. Wir sind keine Ärzte und kein Fachpersonal, aber wir haben die Räume und wir haben Ehrenamtliche, die so etwas organisieren können. Vielen Dank. Vielen Dank.